Angeblich befinden sich in Potsdam und Brandenburg an der Havel in zahlreichen Schulen Bomben. Ihr habt richtig gehört, es gibt nämlich verschiedene Drohungen darüber. Wir gucken uns die aktuellen Nachrichtenlage dazu genau an. Moins zusammen, ich bin Olli für Christian Content, jetzt ein Abo da lassen. Und dann geht raus an den Hinweisgeber, der mich darauf hingewiesen hat per E-Mail. Und wir sehen nämlich hier, der Tagesspiegel berichtet jetzt auch darüber. Angeblich Sprengsätze deponiert. Bombendrohungen an Schulen in Potsdam und Brandenburg an der Havel. Ja, Schreck am Montagmorgen, so könnte man das im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, nennen. An mehr als 15 Schulen in der Region gingen Mails mit einem bedrohlichen Inhalt ein. Die Polizei hat den Fall geprüft, es herrscht keine Gefahr. Sorry, wenn ich da ins Lachen verfalle. Aber wie kann es denn sein, dass nämlich alle Schüler nach Hause geschickt werden, nicht mehr in den Schulen jetzt sind, aber auf der anderen Seite, das heißt, es besteht keine Gefahrenlage. Sorry, dass ich lache, aber das ist einfach nur noch unfassbar. Denn wir sehen das beispielsweise auch hier, die Märkische Allgemeine berichtet darüber. Brandenburg an der Havel, Bombendrohungen an 15 Schulen eingegangen. Hier, 15 Schulen an mehreren Einrichtungen fällt der Unterricht aus. Da fragt man sich, wie passt das eine zu dem anderen? Habe ich irgendwas verpasst? Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Also wenn jetzt irgendein doofer Schüler sich da irgendwie ein Späßchen erlauben will, Quatsch macht oder auch sonst irgendjemand einfach so eine Aktion machen will und dann hier bei den Nachrichten sitzt und sich darüber kaputt lacht über so einen Schwachsinn, dass aber die Polizei das offensichtlich oder zumindest die Schulleitung so ernst nehmen, dass sie die Schüler nach Hause schicken, dann kann man ja nicht davon sprechen, es besteht keine Gefahrenlage. Oder? Habe ich was verpasst? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Das ist die gleiche Situation, wie wenn ein dramatischer Einzelfall passiert ist und der Täter auf der Flucht sich befindet, aber es heißt, es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Das kannst du doch alles nicht mehr vervollnehmen. Hier in diesem Artikel heißt es auf jeden Fall, die Vorfälle bestätigte das Brandenburger Schulamt der MAZ am Morgen. Der stellvertretende Leiter Christoph Küchner sagte, Zitat, in Brandenburg an der Havel haben 15 Schulen eine Bombendrohung erhalten. In der Mail stand, dass sich die in der Schule Sprengsätze befinden sollen, plural sogar. So etwas habe ich in dem Ausmaß noch nicht erlebt, heißt es hier. Ja, die Mails mit dieser Bombendrohung hier an Schulen in Brandenburg und der Havel versendet. Die Mail ging laut Küchner an Grundschulen, freie Schulen und Oberschulen. Die Oberschule Nord rief am Montagmorgen die Polizei, die daraufhin die Lage im Schulgebäude prüfte. Und das ist auch basierend auf der Nachricht, die ich von einem Abonnenten, wie gesagt, zugesendet bekommen habe. Wir aktualisieren jetzt auch mal hier, wir sehen ja zwei Updates sind hier schon drin. Hier hieß es nämlich an der OS Nord, das ist die Oberschule Nord in Brandenburg an der Havel. Und dort findet nämlich ebenfalls auch kein Unterricht statt, obwohl keine Gefahrenlage besteht. Ja, die Schüler würden es freuen. Es gab nach Meeting-Point-Informationen, so heißt die Website hier, eine Drohnachricht. Darin formulierte der Absender, dass in Schulen Sprengsätze hinterlegt sein sollen. Die Formulierung legt nahe, dass es einen terroristischen Hintergrund geben könnte. Daher die besondere Vorsicht. In der besagten Nachricht seien als Ziel insbesondere Ungläubige benannt worden. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. Ja, das kommt dann wohl offensichtlich aus einer gewissen Richtung. Wir kennen das ja mittlerweile. Update von 8.42 Uhr heute Morgen. Die Polizei pressenspelle treilt auf Nachfrage mit, dass man momentan nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen ausgehe. Das Phänomen sei heute früh flächendeckend zu beobachten. Es gab über das ganze Land Brandenburg und auch in Berlin hinweg Verstreuterungen. Also neben Potsdam offensichtlich noch andere. Auch mehrere Schulen in der Stadt Brandenburg sind betroffen. An einigen Schulen wurde der Unterricht vorsorglich ausgesetzt. Anderen Schulen unterrichten nach Plan, nachdem man sich mit der Polizei abgestimmt hatte. Und hier 8.48 Uhr die Buschschule hat die Eltern informiert, dass ihre Kinder aufgrund einer bundesweiten Bundesbedrohungslage, sorry, Gewehrbockt, sofort abgeholt werden können. Auch an der Tschirsch, habe ich noch nie gehört. Oberschule ist nach mehreren übereinstimmenden Meldungen der Unterricht heute abgesagt. Tja Leute, was hier mittlerweile im Lande los ist, ist einfach schon krass. Ich hoffe, dass die Polizei recht behält und dass es sich tatsächlich nicht um eine ernsthafte Bedrohungslage oder ähnliches handelt, sondern einfach einen dummen Streich, der hier an mehr als 15 Schulen gerade parallel versucht wird durchzuführen und dass der Täter oder die Täter auch gefasst werden und ihrer rechtverlässigen Strafe zugeführt werden. Ganz einfach. Denn hoffentlich ist es nicht so, man droht an 15 Schulen und an einer ist dann wirklich etwas oder ähnliches. So, dass man jetzt hier natürlich maximal die Einsatzkräfte benötigt, um 15 Schulen zu kontrollieren, gibt es so viele Spezialeinsatzkräfte und Spürhunde und ähnliches, die das überprüfen können. Wir gehen in den Tagesreaderartikel natürlich auch noch rein und gucken, ob wir hier ein paar Informationen finden können, aber die beziehen sich hier auch auf die Märkische. In der Oberschule Norden, das ist alles das, was ich vorhin schon rausgesucht hatte. Und wenn wir jetzt nach Brandenburg an der Havel bei Wikipedia mal reingucken, das ist ein Städtchen mit 73.900 Einwohnern circa. Also wir sehen, es passiert überall. Überall sind solche Irren, muss man es mittlerweile leider wirklich sagen, unterwegs und man weiß wirklich nicht mehr, was hier noch alles passieren soll. Es ist einfach nur noch unglaublich, wenn man sich das einfach mal alles auf der Zunge zergehen lässt. Bei meiner Recherche nach Brandenburg an der Havel dachte ich dann, ja, gucken wir mal, wie die anderen Presse berichten. Vielleicht kommt was bei der Bild in der Eilmeldung oder sonst was. Nee, nichts gefunden. Aber man findet andere Sachen, die in Brandenburg an der Havel beispielsweise passieren. Wassersportler finden tote Frau an Ufer. So was findet man dann in diesem beschaulichen Städtchen. Ruderbootfahrer haben am Ufer eines kleinen Flusses in Brandenburg an der Havel eine tote Frau entdeckt. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus, wie sie mitteilte. Demnach triebt die leblose Frau Sonntagmorgen im Uferbereich des Nebenarms der Niederhavel der nähte Winde. Rettungskräfte bargen die Frau, denn der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ja, mein Blei leid hier ganz klar an die Hinterbliebenen natürlich. Einfach nur noch traurig, was hier mittlerweile passiert. Daher nochmal zurück zu dem Märkische Allgemeine oder Märkische Allgemeine Online, wie heißen die genau? Märkische Allgemeine, MAZ Online, zurück. Die Brandenburger Polizei prüft aktuell den Inhalt der Drohmails. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Angaben. Man gehe derzeit nicht von einer akuten Bedrohungslage aus, wie ihr gerade schon gehört. Aber jetzt kommt es nochmal. Wie es am Morgen vom staatlichen Schulamt hieß, seien auch Einrichtungen in der Landeshauptstadt Potsdam betroffen. Haben wir ja gerade schon gehört. Ein Sprecher der Brandenburger Ministeriums hier und so weiter bestätigt auf MAZ-Anfrage, dass mehrere Drohmails an Schulen im Land Brandenburg verschickt wurden. Bislang wissen wir von Schulen in Potsdam und Brandenburg an der Havel. Zitat, wir nehmen solche Drohungen generell immer sehr ernst. Ja, leider nicht ohne triftigen Grund. Offensichtlich ist es hier sehr modern geworden im Lande. Ich halte euch im Laufenden, sobald es Neuigkeiten zu diesem brisanten, krassen Fall geben sollte. Deswegen jetzt den Kanal abonnieren, schreibt eure Meinung in die Kommentare, passt auf euch auf. Bis zum nächsten und ciao.